und weiter geht's mit enslaved leute wir sind da hier um material zu finden für unseren fixie und gerade dabei ein paar brücken hinauf und hinunter zu schieben heben was weiß ich auch immer da hinten knurrt irgendwas habt ihr das gehört weil dann geht es gleich los es bravo ja 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 Das war's. Fuck foot. 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 Und ehrlich gesagt, wo war er jetzt? Da steht er und er hat kein einziges Mal geschossen. Also irgendwie kommt mir der ein bisschen komisch vor. Jetzt haue ich den eine mal glatt in die... Und da komme ich natürlich nicht drüber. Von wegen der Ergibtungsdeckung. Und was war das jetzt? Also Pixie, also wir können dir jetzt keine Medaille geben für den Rücken freihalten. Das war nicht unbedingt gerade die schönste Leistung von dir. Da ist noch ein Mac drin, oder? Da ist noch ein Mac drin, oder? Da ist ein Trigger, da ist sicher ein Trigger drin. Da ist sicher ein Trigger drin. Da ist sicher ein Trigger drin. Ja. da ist ja auch ein Trigger drin. Da ist ja auch ein Trigger drin. Und da ist ja auch ein Trigger drin. Na klar, jetzt auf einmal kann er runterspringen. Wie kommen wir jetzt hier weg? Wir können hier durch, aber wir müssen diese Mauer sprengen. Ich war auf ne Sprengladung, aber ihr müsst drauf schießen, damit sie hoch geht. Das könnt ihr doch, oder? Okidoki. So, Plasma. Plasma. Wo ist Plasma? Nur zwei Schuss, Leute. Okidoki. Egal. Wow. Toller Schuss, Maggie! Du brauchst dich überhaupt nicht melden, verstehst? Ich schwitze da Blut und Bein und du sagst, du halt mir den Rücken frei von wegen, ja? Okidoki, weiter geht's. Ja, und? Schweigen im Alde. Klar, war doch klar. Oh, oh. Oh, 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 oh. Pixi. Oh, 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 oh. Mir schwand furchtbares, Leute, nicht schon wieder. Das müssen Max gewesen sein. Der Teil der Fabrik, zu der wir jetzt gehen, ist echt cool. Manche der Maschinen funktionieren immer noch. Da hätte ich gern mal in seiner Glanzzeit erlebt. Ja. Auf dem Pfad da oben sollten wir durchkommen. Kannst du Trip hier hochbringen? Sicher. Komm. Was ist mit mir? Jetzt solltest du rüber können. Da ist ein Halute-Ding, gell? Mann. Jetzt solltest du rüberkommen. Super. Da kommen wir nirgends rauf. Na klar. Da unten die Brühe, da sollten wir auch nicht reinfallen. Da geht's hin nur mehr, Birgab. Aha. Ich spreche schon einmal mein letztes Gebet. Aha. Alles klar. Alles klar. Na, was ist machen? So war das vielleicht. Jawohl. Ja. Wo ist denn der nächste? Aha. Leute, ich seh da nix mehr davon. Na Gott sei Dank. Ich steck hier fest. Es gibt keinen Weg rüber. Aber können wir den Steg runterlassen? Ich werfe ne Bombe. Probier mal auf sie zu schießen, Monkey. Cool. Die sind da drüben. Und wir. Na. Egal. Dann mach das doch mal, Phipi. Ich kann sie für dich drehen. Sag mir Bescheid. Trip, dreh es. Na, komm, dreh es. Komm, dreh es. Müssen wir da jetzt runter? Wahrscheinlich. Okidoki. Na Gott sei Dank. Gehen wir weiter. Gehen wir weiter. Wir sind fast da. Ja, aber wir haben da hinten ja noch so einiges gesehen. Also das lassen wir uns nicht hingehen. Weil das ja so und so eine Rätselfolge ist. Und... Auch wenn der jetzt auch hier so langsam läuft. Und warum? Verstehe ich nachgefähr nicht. Aber hier hatten wir ja ein paar Ops. Und eben das Halusi-Ding. Gut so. Mensch, Monkey. Lauf doch ein bisschen schnell. Da oben sind auch noch welche. Aber wie kommen wir da raus? Egal. Keine Ahnung, gell? Aber da vorne gibt es noch welche. Die holen wir uns noch schnell. Und das war es dann schon. Komm runter. Komm, Monkey. So. Wo ist denn unser Freund? Ah, da steht er schon. Wir müssen hier durch. Ja? Okay. Dann gehen wir doch. So, Leute. Bevor es hier weitergeht... Also, bevor wir uns diesen Titan jetzt anschauen, machen wir einen kurzen Schnitt und sehen uns wieder beim nächsten Video, wenn es da heißt, Titanen reaktivieren. Okidoki, bis gleich, euer Tozo. Tschüss.